Wir schauen uns heute ganz besondere Adjektive an. Diese Adjektive haben eine verstärkende Bedeutung, wenn sie mit ganz bestimmten Verben oder Nomen zusammenstehen. Ein Beispiel. Ich vermisse ihn schmerzlich, bedeutet, ich vermisse ihn sehr. Schmerzlich hat in Verbindung mit Vermissen also eine verstärkende Wirkung. Bei anderen Verben hat schmerzlich diese Bedeutung aber nicht. Wenn ihr wisst, mit welchem Adjektiv ihr ein Verb oder ein Nomen verstärken könnt, könnt ihr euch viel abwechslungsreicher ausdrücken. Wir schauen uns heute diese Verben und Nomen an und ich zeige euch, mit welchen Adjektiven ihr sie verstärken könnt. Viel Spaß! Fangen wir mal ganz einfach an, nämlich mit dem Verb schlafen. Vor dieses Verb stellen wir sogar zwei Adjektive, wenn wir es verstärken wollen. Wisst ihr welche? Wenn man tief und fest schläft, dann ist der Schlaf so stark, dass man nicht leicht aufwacht. Wenn ich etwas zu der schlafenden Person sage oder sie berühre, schläft sie trotzdem weiter. Wir könnten sagen, hast du letzte Nacht auch das Gewitter gehört? Nee, ich habe tief und fest geschlafen. Wenn ihr mein vorletztes Video geschaut habt, dann wisst ihr auch, dass man diesen tiefen, festen Schlaf auch mit einem Vergleich ausdrücken kann. Erinnert ihr euch? Wir könnten sagen, ich habe geschlafen wie ein Murmeltier oder wie ein Stein. Wenn ihr das Video noch nicht geschaut habt, macht das gerne. Es ist eine sehr gute Ergänzung zu diesem Video. Vor ein paar Jahren hat hier in der Gegend, in der ich wohne, ein Haus gebrannt. Es war nicht nur ein kleiner Brand, sondern die Flammen waren sehr groß und die Feuerwehr hat sehr lange gebraucht, um das Feuer zu löschen. Um so einen großen Brand zu beschreiben, kann ich das Adjektiv Lichterloh benutzen. Wir sagen, das Haus hat lichterloh gebrannt. Es brannte also sehr kräftig und sehr hell. Bei den Substantiven haben die verstärkenden Adjektive die Bedeutung sehr stark oder sehr intensiv. Schauen wir uns mal das Substantiv der Lärm an. Als Lärm bezeichnen wir Geräusche, die sehr laut sind und die uns stören. Zum Beispiel, als die Bauarbeiten anfingen, war der Lärm in der ganzen Nachbarschaft zu hören. Lärm ist ja schon etwas sehr Lautes, aber wir können das mit einem Adjektiv noch verstärken. Der Lärm ist dann also sehr intensiv. Wir sagen, als die Bauarbeiten anfingen, war der ohrenbetäubende Lärm in der ganzen Nachbarschaft zu hören. Das ist ein sehr passendes Adjektiv. Der Lärm ist so intensiv, dass er die Ohren betäubt, dass man nichts mehr hören kann. Noch ein Beispiel. Mitten in der Nacht wurden wir von einem ohrenbetäubenden Lärm geweckt. Machen wir weiter mit dem Verb jemanden warnen. Wenn ich jemanden warne, mache ich ihn auf eine Gefahr oder eine gefährliche Situation aufmerksam. Zum Beispiel, der Politiker warnte die Bevölkerung vor dem herannahenden Sturm. Welches Adjektiv nutzen wir, um Warnen zu verstärken? Was sagen wir, wenn der Politiker die Bevölkerung sehr deutlich warnt und sagt, dieser Sturm ist wirklich sehr gefährlich, bitte bringen Sie sich in Sicherheit. Wir sagen, der Politiker warnte die Bevölkerung eindringlich vor dem herannahenden Sturm. Und noch ein Beispielsatz. Ich habe sie eindringlich davor gewarnt, mit Fieber zum Training zu gehen. Sie hat es trotzdem gemacht. Und jetzt ist sie richtig krank. Weiter geht's mit dem Verb etwas beherrschen. Wenn man etwas beherrscht, dann kann man etwas sehr gut. Man hat etwas so gelernt, dass man es perfekt kann. Zum Beispiel, die Pianistin beherrscht ihr Instrument. Sie kann ihr Instrument, das Klavier, also sehr gut spielen. Wenn wir das jetzt verstärken wollen, welches Adjektiv können wir da einsetzen? Meisterhaft. Die Pianistin beherrscht ihr Instrument meisterhaft. Noch ein Beispiel. Er ist ein Autor, der die Kunst des Geschichtenerzählens meisterhaft beherrscht. Ich muss dir etwas Wichtiges erzählen. Okay, schieß los. Du hast meine Aufmerksamkeit. Du hast meine Aufmerksamkeit. Bedeutet, ich höre dir genau zu. Ich bin aufmerksam. Ich konzentriere mich auf das, was du sagst. Wir haben hier zwei Adjektive, um Aufmerksamkeit zu verstärken. Wir können sagen, du hast meine volle Aufmerksamkeit oder du hast meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Mit beiden Adjektiven betonen wir, ich konzentriere mich wirklich nur auf dich. Meine ganze Aufmerksamkeit ist nur auf dich gerichtet. Ich denke an nichts anderes. Noch ein Beispiel. Als der Arzt ihr die Diagnose erklärte, hatte er ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Sie hat sich also nur auf das konzentriert, was der Arzt sagt. Weiter geht's mit dem Verb behaupten. Wenn man etwas behauptet, stellt man es als wahr dar. Zum Beispiel, er behauptet, dass er den Vertrag nie unterschrieben hat. Er sagt also, dass er den Vertrag nie unterschrieben hat. Er sagt, dass das die Wahrheit ist. Wie können wir das jetzt verstärken? Wie können wir sagen, dass er es sehr deutlich behauptet? Dass er wirklich überzeugt ist von dem, was er sagt? Wir sagen, er behauptet steif und fest, dass er den Vertrag nie unterschrieben hat. Noch ein Beispiel. Meine Tochter behauptet steif und fest, dass sie gestern den Weihnachtsmann gesehen hat. Sie ist also sehr überzeugt davon, dass sie wirklich den Weihnachtsmann gesehen hat. Für Mitglieder von Deutsch mit Rieke habe ich wie immer Aufgaben und Quizfragen erstellt, mit denen ihr die Ausdrücke aus diesem Video üben könnt. Mitglieder bekommen außerdem die Skripte zu allen meinen Videos und können meine Videos als Podcast abonnieren. Wenn das interessant für dich klingt, dann klick gerne hier oben oder auf den Link in der Videobeschreibung für weitere Informationen. Unser nächstes Verb ist aufhören. Die Verstärkung, um die es hier geht, hat die Bedeutung sehr schnell oder sehr plötzlich. Sie hörte auf zu sprechen, als sie bemerkte, dass alle sie anstarrten. Wir möchten jetzt sagen, dass sie sehr plötzlich aufhörte zu sprechen. Dafür haben wir ein sehr schönes Adjektiv, nämlich abrupt. Sie hörte abrupt auf zu sprechen. Und noch ein Beispiel. Das Gewitter begann ohne Vorwarnung und hörte ebenso abrupt auf. Das Gewitter war also plötzlich da und hörte auch ganz schnell und plötzlich auf. Ich habe meinem Mann vorgeschlagen, das Bad zu renovieren, aber er hat das abgelehnt. Jetzt geht es um das Verb ablehnen. Man sagt Nein zu etwas, wenn man etwas ablehnt. Um dieses Verb zu verstärken, können wir verschiedene Adjektive benutzen, zum Beispiel entschieden und kategorisch. Sie hat das entschieden abgelehnt. Sie hat das also sehr stark abgelehnt. Noch ein Beispiel. Ich habe ihr geraten, den Job zu wechseln, aber das lehnt sie kategorisch ab. Sie sagt also, ich werde auf gar keinen Fall den Job wechseln. Niemals. Wie können wir ausdrücken, dass die Enttäuschung sehr stark war? Hier gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Sehr oft sagt man, es war eine bittere Enttäuschung oder auch, es war eine herbe Enttäuschung. Die Adjektive bitter und herb beschreiben beide einen Geschmack. Ganz einfach gesagt, würde ich ihn als das Gegenteil von süß beschreiben. Und mit süß verbinden wir irgendwie immer etwas Positives und mit herb und bitter eher etwas Negatives. Noch ein Beispiel. Die 3 zu 0 Niederlage war eine herbe Enttäuschung für das Team. Hier sind wir beim Sport. Ein Team hat zum Beispiel beim Fußball 3 zu 0 verloren und ist jetzt sehr, sehr enttäuscht. Kennt ihr noch mehr Beispiele für solche verstärkenden Verbindungen zwischen Adjektiv und Nomen oder Verb? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Und wenn ihr einen zweiten Teil sehen möchtet, schreibt mir das auch gerne. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Macht's gut.